Moin, moin! Ich bin´s, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einer Folge MeinEssenVom. Heute bereite ich mir zu Kartoffeln mit Apfelmus. Los geht´s! Zuerst öffne ich das Apfelmusglas. Den Inhalt packe ich jetzt vollständig in den Topf rein. So, gleich mache ich damit weiter. Erstmal den Teller noch irgendwo hinstellen. So, jetzt geht´s weiter. So, das Allermeiste dürfte jetzt drin sein. So, da kann ich das leere Glas oder das fast leere Glas besser gesagt zur Seite stellen. Nun mache ich das Kartoffelglas auf. Das Kartoffelnwasser packe ich in den Becher rein. So, und jetzt nehme ich die Kartoffeln raus. Das Glas ist jetzt auch leer. Packe ich auch zur Seite. Und nun mache ich aus den Kartoffeln Stampfkartoffeln. Oder auch nicht. Dann drücke ich die Heizung mit der Hand. Muss ja nicht komplett zerstampft sein. Bisschen reicht ja schon. So, die zermatschten Kartoffeln sind jetzt im Topf drin. Jetzt rühre ich das um. So, ein bisschen rühre ich noch und jetzt höre ich auf. So, mein Essen ist fertig. So, ich glaube ich gehe mir jetzt erstmal die Hände waschen. So, nun zeige ich euch mein fertiges Essen. Mal gucken, ob ihr es irgendwie so erkennen könnt. So, ich hoffe ihr habt es irgendwie erkannt. Und nun werde ich jetzt mit dem Holzbesteck aus dem Topf essen. Ja, schmeckt auf jeden Fall lecker. Und da ich jetzt langsam Durst bekomme, gibt es zu trinken Kartoffelwasser mit zwei Kartoffeln drinne. Salzlich aber lecker. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also, mir schmeckt das sehr lecker. So, ich glaube an dieser Stelle werde ich mal das Video beenden. Ich hoffe euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch. Auf geht's.